Knapp eine Woche vor der Stichwahl zur französischen Präsidentschaft wird die Kandidatin des nationalistischen Front National Marine Le Pen von der braunen Vergangenheit ihrer Partei eingeholt. So soll Interimsparteichef Jean-François Jalc 2005 in einem Interview bezweifelt haben, dass während des Holocaust Zyklon B zum Massenmord in Gaskammern genutzt werden konnte. Le Pen spricht von Verleumdung. Wie Sie wissen, habe ich wegen seiner inakzeptablen Aussagen mit meinem Vater gebrochen. Entsprechend finde ich diesen selbstgefälligen, konstanten Willen, in unserer Partei eine Nähe zu Holocaust-Leugnern zu suchen, gelinde gesagt ärgerlich. Um es noch einmal klarzustellen, ich verabscheue diese Thesen zutiefst. Sie sind unhaltbar. Das habe ich schon immer gesagt. Meine Haltung ist da klar. Sie werden in der Führung des Front National niemanden finden, der diese Theorien verteidigt. Seit Jahren bemüht sich Le Pen, dem Front National ein gemäßigteres Image zu verschaffen. Ihren Vater, Jean-Marie Le Pen, ließ sie aus der Partei ausschließen. Der hatte die Gaskammern der Nazis wiederholt als Detail der Geschichte bezeichnet. Wegen Leutnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit war er mehrfach verurteilt worden. Übergangsparteichef Jalc hat unterdessen sein Amt niedergelegt. Er bestreitet, sich jemals entsprechend geäußert zu haben. Zudem habe er Anzeige erstattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017